okay dann kann es jetzt weitergehen machen wir so eine tagesquest setzte davon ja lass mich mal ganz kurz hier bei dem auf die karte gucken ich will nämlich schon einfach nur also wir hätten jetzt wieder ein boss werden wieder ein boss ja ok wollen wir trotzdem tagesquests hier zoom out willst du erstmal eine tagesquest machen machen wir eine tagesquest oder machen wir erst einen endboss wir schauen uns einmal an mit der tagesquest ja wir müssen erst unsere quest jetzt machen die machen wir auch wunderbar siehst du kommst eine zum anderen also dann gehen wir jetzt nach karsel sommer und hauen mal den futter einer holen schädel der wird sich umschauen wenn wir mit dem fertig sind das macht mal kleiner drache allein ja ich habe märchen oder geschichten von general mal was gehört als ich waffen geschmiedet habe in der armee des königs das heißt er war der erste der es geschafft hat einen belagerungsbiest oder monster zu zähmen und er hat nichts als seine blanken hände dafür benutzt was für ein held was für ein held also er ist der absolute absolute der absolute knaller lauf mal warum läufst du durch die asser wo lauf ich durch oh 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 drauf 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 oh oh ich krieg die ganze die tussi hier an zum killen und hast sie erledigt ah wie sau schon wie sie holt jawohl der hast es gezeigt ja wo geht es denn lang ich weiß nicht ich dachte da ich renne dir einfach mal hinterher ja wahrscheinlich geht es hier runter wohl wahr drückst du eigentlich zum laufen maustaste die ganze zeit oder ja ach so meinst oder gedrückt halten oder gedrückt halten ähm mal so mal so oh ich drück doch auf die kiste wieso dauert er so lang ach ach das war dann da da hinten ah ok wir haben uns mal aufgeteilt mhm viel schneller genau ich hole hier nur noch ein paar kisten dann bin ich wieder bei dir du hast ja alles im griff na das war hier nämlich auch ein fall wo ich jetzt bin cool alles im griff bei mir ist überhaupt nichts los bei mir geht es voll ab ach jetzt kommts wenn alles kaputt ist ja ich hole mal an mörchen rein ja da hatte ich jetzt aber irgendwie totale aussätze warum naja also so gegner technisch ach so da überliegt noch gold ja ich habe auch gar nichts nicht fliegen lassen hier naja und gold schon gar nicht aber ich muss sagen mein mana schwindet minimal warte mal kurz bitte ja ich habe nämlich hier zwei bessere items jawoll gut und es kann weitergehen okay unser drache gibt eine zurückdeckung aber machst du diesen Feuerball? nein der Caster hier voll schlecht habe ich was verpasst? ja einen blauen Gegenstand habe ich gefunden kannst du das schon anlegen oder muss den noch? ich muss ihn identifizieren warte mal da drüben ist noch so eine Gruppe mach nix der ist tot ach so ich habe ja schon voll ja die gammeln da rum weißt du? ja und wir machen alles oder? ja da komme ich mir schon ein wenig ausgenutzt nein ich krieg schon wieder diese blöden hinweist da welchen hinweis? ja was so jetzt müsste man gleich mal ganz kurz eine kurze pause machen also pause nicht ich muss nur mal schauen wie ich das brot auf kuh legen kann kann sie nicht auswählen? ah da oben ja hab ich die jawohl der ist schon down nein 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 doch 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 bei dir vielleicht weil du das nicht siehst ist verpackt bei dir ah die dola ist auch da na dann schmeiße ich mir aber ein brot ein weil der wird ja wahrscheinlich jetzt doch ein bisschen heftiger sein ich glaube es nicht und dann hätte ich gern volle energie was habe ich denn hier eigentlich? achso das ist der buff vom brot ok ja fast voll ist auch ok oh was geht los oh du bist down oh ich bin down ich bin tot ich kann mich wieder beleben jetzt ich bin wieder da komm zu mir ich habe alle gestunnt hmmm wie kann man da nur sterben? tja ja ich habe halt gedacht mit damage dealer der dabei ist macht auch schaden aber da bin ich ich habe auch schaden gemacht man muss sich auch mal so einen super special highdrang reinhauen ne ist schon ok ich habe es verstanden also dass mein damage dealer mich im stich lässt so jetzt habe ich ein problem der hat so viel zeug ausgeschmissen ich kann gar nicht alles aufheben genau so geht es mir nämlich gerade auch naja ich schmeiße jetzt ich muss dann was wegschmeißen wie kann ich ihn hier ach das kostet 250 ach das kostet 250 ärgerlich dass ich gestorben bin hat mich 50 goldensinn gekostet wie viel? 50 ja das war sehr überschaubar ja 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 es war nur sinnlos ich habe so gar nicht weil ich jetzt ehrlich gesagt ich habe zwar schon gedacht dass es härter wird aber nachdem ich da mal ein brot eingeschmissen habe ich gedacht das ist erledigt weil es bei den anderen bossen auch so war aber der hat anscheinend irgendwas gemacht was schaden macht mhm kämen wir zurück ja würde ich sagen tun wir das ja 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 nichts kann man nicht machen lassen ich habe ihn doch trotzdem getankt mhm bis du gestorben bist und dann ja dann habe ich ihn nochmal von dir weg geholt Unlock Bounty Board jawoll also jetzt das hat doch perfekt gepasst jetzt haben wir schon was frei mir geht es gut hörst du mich? äh redest du mit mir? ja ich habe mein Mikro gerade drunter geschmissen im Kopf war das so eine blöde Micke über die ich wegfetzen wollte oh man ey die sind voll aggro ey die Teile ja ok ich habe neue Handschuhe die sind minimal besser den nehme ich jetzt auch mal ich probiere alles mal aus den Helm finde ich jetzt nicht so knaller oh aber die Schuhe sind geil habe ich zwar kein Item Feind mehr in der Menge aber die sind geil 350 kostet mir das ganze cleave was war denn nochmal cleave naja das ist dieser ne nö ich glaube da lasse ich mein parieren ich habe sogar Handschuhe die geben mir 0,8 Heilung pro Sekunde ok blauer Gegenstand cool oder? ja so 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 also das das ist schon mal gut gewesen hier hoch ach so geht das schon mal nicht dann jetzt muss ich erstmal verkaufen ich auch da verkaufe ich auch verkaufe wir das den Helm verkaufe ich auch neiiiin Ach, Gott sei Dank, ich hab was eigentlich auf einen gedrückt, den ich gar nicht verkaufen wollte. Okay. So einen blauen, aber bei einem blauen Gegenstand wird sogar nochmal abgefragt, ob man den wirklich verkaufen will. Ah, das ist gut. So, zurück zur dicken Bertha. Ja, ich hab jetzt auch ein bisschen mehr verkauft gerade. Und ich tue jetzt gleich mal die Upgraden. Also ich hab fürs nächste Level dann auf jeden Fall schon mal wieder was. Ein Tag. 500 Diamanten. Für das verfolgendes Finish. Okay. Okay, das hab ich eigentlich viel. Und ich schau mal, was unser Gildenstatus macht. Immer wieder mal. Nach wie vor 8. Und wie weit haben wir unser Mana? 8,2%. Also es tut sich ein bisschen was. Ja, genau. Okay.